Ja hallo liebe Leute, heute bin ich unterwegs in Rauma. Ich möchte mit euch abgehen, Old Rauma oder 1H Rauma und am besten startet ihr, wenn ihr ins Navi Kauppakatu eingeht. Am Ende ist ein 24 Stunden Parkplatz und wir starten jetzt in 4K. Es geht los, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 hat hat, Untertitelung des ZDF, 2020